Ich heisse euch ganz herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Landwirtschafts-Simulator 2022. Und da sind wir bei meinem kleinen Hof und in der letzten Folge, oder es war eine Kurzfolge, haben wir die Easter Eggs gesammelt, also die Sammeldisketten und haben so eine Million zusätzlich aufs Konto bekommen. So wie habe ich über den letzten Winter hinweg alle Produkte, also Brot, Stoff, Eier und so weiter und so fort verkauft und konnte so den ganzen Kredit abbezahlen, sowie noch 118.000 zusätzlich plus haben. Wir stehen wieder bei Null Kredit aktuell. Das ist doch eine sehr gute Sache. Ihr seht hier im Januar zum Beispiel war das letzte Mal, werden die... Ah ja, hier Sonstiges wird dazu gebucht. Wollt ihr schon sagen, ja. Okay. Und heute möchte ich euch mit euch ganz viel Geld ausgeben, wieder, dass wir natürlich den Betrieb vergrössern können, soweit. Denn es steht auch einiges an. Die Kühe zum Beispiel sind jetzt 18 Monate alt. Wir können mal schnell drauf schauen. Die Reproduktion hat eingesetzt, dauert aber so gesehen, glaube ich, 10 Monate. Gehe ich mal davon aus. Und sie haben ab 12 Monate bereits Milch gegeben. Ihr seht, auch hier ein bisschen Milch ist da. Gülle ist auch da. Mist natürlich auch. Das können wir auf der anderen Seite sehen. So, hier, ihr seht, der Berg ist auch schon etwas da. 27.000. Und heute müssen wir uns natürlich mal für ein paar neue Maschinen, sowie Felder und so weiter und sofort entscheiden. Ich möchte doch wieder alles, das Geld, was ich jetzt habe, ausgeben, damit das auch wieder reinkommen kann. Sagen wir es mal so. So, ja, die Schafe sind auch da. Ich habe aufgehört, Schafe und Hühner zu verkaufen und möchte schauen, dass die jetzt alle im optimalen Alter sind, damit die Vollwolle produzieren. Damit wir da auch mal sehen, ob da ein guter Output rauskommt. Und, ja, ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Hier habe ich gerade ein großes Lager, muss man fast schon so sagen. Da warte ich auf einen guten Preis. Ja, dann lass uns doch mal in den Shop gehen. Oder zuerst möchte ich ein paar Felder kaufen. Oder mindestens eines. Also, ich habe mir gedacht, wir haben aktuell das. Das hier unten ist sehr teuer wegen der Ecke. Lohnt sich nicht so. Das da ist auch recht teuer und ist halt in der Schräglage da oben. Ich würde gerne das hier kaufen, denn das ist recht eben. Es hat zwar Bäume im Weg, aber es ist auch sehr nahe dazu. Also würden wir uns das schon mal holen. Und für 270.000 geht es eigentlich noch. Hat auch noch ein bisschen Grünstreifen dazu. So, lass uns das kaufen. Und dann habe ich gedacht, das hier drüben wäre auch ein gutes Feld. Kostet fast gleich viel. Und hat auch etwa dieselbe Fläche. Plus Grünstreifen. Sagen wir es mal so. Die sind auch am nächsten. Ich weiß, wir könnten auch das kaufen. Da sind wir aber schon bei 600.000. Und die da unten sind jetzt auch nicht gerade günstiger. So wie das da oben ebenfalls. Und das da ist gar kein Feld. Das lohnt sich schon gar nicht. Und hier kauft man halt den ganzen See noch dazu. Das da wäre sehr effizient. Ich denke, das könnte eines der nächsten sein. So, dann lass uns das da noch holen. Jetzt ist es so. Die sind beide noch nicht besät. Die sind nur gegrubbert. Das heisst, da muss ich gleich noch die Sämaschine anschmeissen. Aber, apropos Sämaschine. Die wollen wir nämlich auch endgültig mal eintauschen. Da hänge ich doch gleich mal unsere Sämaschine an. Denn, ich habe bisher mit dieser Sämaschine hier gearbeitet. Ihr seht, das ist nicht gerade die optimale Arbeitsbreite. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich auch recht langsam operiert. Ist sie natürlich schon etwas zu klein. Langsam aber sicher für unseren kleinen Hof hier. So, es bleiben 550.000. Klar, ich kann auch noch weitere Kredite aufnehmen. Falls es jetzt nicht aufgeht. Aber, was ich kaufen möchte, auf jeden Fall, ist ein Güllefass. Und eine Sämaschine. Sowie einen Tracker. Da geht wahrscheinlich schon mal die Hälfte davon nicht auf. Aber, lass uns mal aufwarten. So, wir verkaufen zuerst die alte. Oder hier einmal die leeren. So, dann hier hin. Die wird nicht mehr viel bringen. Die hat auch, ja gar nicht viel gekostet. Muss man so sehen. So, raus mit der. Und dann hier hin. Verkaufen. Die gibt 10.000. Und der nochmals 10.000. So, weg sind sie. Dann schauen wir doch zum Händler rein. Ja, und da ist die Auswahl begrenzt. Also, wir hatten bisher 4 Meter. So, eigentlich wollte ich noch eine von denen kaufen. Weil die sind 6 Meter. Und ich hatte jetzt noch nicht damit gerechnet, dass wir so viel Geld haben. Durch die Disketten. Gibt doch gut Geld. Muss aber sagen. Ja, da ist die 8 Meter hier einfach überzeugender. Die anderen sind mir dann doch schon ein bisschen zu groß. 180 PS wird noch gehen. Hier aber 300. Und es wird ja auch schwerer mit den Bäumen dann. Also, die 8 Meter ist auch noch eine Direktsaatmaschine. Ich hätte gerne die hier gewählt. Aber die hat keine Vorteile. Die ist 2 Meter kleiner. Aber deutlich schwerer. Braucht mehr PS. Kann er dafür noch düngen. Ja. Fährt aber auch noch 1 kmh langsamer. Muss man dazu sagen. Mal schauen. Der fährt 12 kmh, ja. Und der fährt 18. Das ist halt einfach, boah. Es ist leer, noch das zu schlagen, ehrlich gesagt. So. Die ist gekauft. Die Sähmaschine ist da. Dann wollen wir gleich hier bei den Güllefässern schauen. Das da kommt nicht wirklich in Frage. Das ist relativ klein. Mit 8 Kubik. Das sind alles Transportfässer. Und dann beginnt es eigentlich hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen. So viel Gülle haben wir aktuell noch nicht. Und das ist ja eine neue Marke. Die ebenfalls hier noch den Grubber so gesehen dazu bietet. Wo man gleich mitgrubbern kann. Und der ist auch noch 7 Meter breit. Das ist fast doppelt so breit wie unser aktueller Grubber. Dazu wird es noch düngen. Und ich finde hier die 13 Kubik ist eine starke Zahl. Ist fast das Doppelte von dem. Braucht nicht so viel PS. Und ja 16 kmh ist immer noch eine gute Arbeitsgeschwindigkeit. Ihr seht die sind nicht schneller hier. Und ist eine neue Marke. Und auch nicht teuer dazu noch. Deshalb kaufen wir das da. Gefällt mir auch irgendwie. Ist eine niederländische Marke wenn es mir recht ist. Hab mich da mal informiert gehabt über die. So. Was bleibt übrigens. Leider wird unser Geld nicht angezeigt. Oh. Kleiner Bauho. 346.000. Jetzt wollte ich nämlich den Miststreuer. Der kann noch ein bisschen warten. Sag ich mal. So wie das nächste wäre dann Maispflücker. Mais Sämaschine. Und so. Da könnte man eben wieder das Güllefass gebrauchen. Weil die Einzelkollsämaschinen sind natürlich nicht Direktsaat. Ah die da schon. Ja. Okay. Und natürlich die Rüben. Damit es dann bald mal Kuchen gibt. Das wäre das Ziel. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Traktor kaufen. Und zwar. Ja. Ich hätte gerne einen Fendt gekauft hier. Muss aber sagen. Aktuell würde uns auch ein Fast Truck helfen. Denn. Der fährt ja wie ihr alle wisst. 70 kmh. Einfach so auf die Strasse. Passt der schon. Das wäre sehr gut. Ich habe auch hier gleich die rausgesucht. Der kleine ist 60 kmh. Der große 70. Das Ding ist. Der kann noch einen Frontlader anhängen. Und ich wollte den mit Kommunalreifen. Den großen. Es gibt aber nur noch den kleinen. Den großen gibt es leider nicht mehr. Mit Kommunalreifen. Ich habe alles durchgeschaut. Und wir holen uns den noch. Hätte ich gesagt. Der ist jetzt nicht der stärkste auf dem Acker. Also. 348 PS ist unser. Stärkster den wir haben. Muss ich so sagen. Aber. Er ist natürlich vor allem schnell. Und so hilft er uns natürlich enorm weiter. Wenn es darum geht hier Dinge zu bewegen. So. Ich würde sagen. Ich bringe das mal zum Hof. Und dann machen wir auch einen kleinen Schnitt. Ich soll es vielleicht noch auffüllen. Und sehen uns gleich wieder. Ja. Um noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Dachte ich mir. Wir könnten gerade noch ein bisschen Brot verkaufen. Der Preis steht gerade gut. 5.000 pro 1.000 Liter. Und ihr seht. Das geht gut nach oben. So. Und dann springen wir aber auch schon zum Hof zurück. Ich kann den später nach Hause holen. Das passt schon. Denn. Wir haben natürlich auch den Milchtank. Der sich langsam füllt. Und da möchte ich zwei Dinge machen. Einerseits. Wir brauchen da natürlich. Dementsprechend ein Gefährt. Und das sollten wir ja. Hier finden. Genau. Man kann hier zwischen dem kleinen Milchtank. Und dem großen auswählen. Ja. Der große ist schon etwas übertrieben. Also. Ich weiß nicht ganz. Ob ich den brauche. Ich denke. Für den Anfang. Wird es auch mal der kleine. Tun für mich. So. Dann konfigurieren wir den mal. Was sollen wir denn da wählen? Der ist natürlich. Ray Tracing Effekt des Todes. Standard ist halt Standard. Ach komm. Wir nehmen ihn. Braun. Felge. Schwarz. Weiss. Ach komm. Weiss. So. 25.000. Auf die Hand. So. Den haben wir. Und was wären wir denn. Wenn wir. Die Milch. Einfach verkaufen würden. Wir haben ja da oben. Die Käserei. Und die steht als nächstes. Auf meiner Liste. Hier ist der Eingang. Ich habe ja das schon mal getestet. Wir können sie hier. Für 50.000 kaufen. Weil es gab da ja ein paar. Diskrepanzen. Ich muss es mal so nennen. So. Jetzt ist sie hier. Ich deaktiviere mal das schnell. Gut. Wir bekommen hier. 150 Milch in 130 Butter. Und wir bekommen 75 Milch in 50 Käse. Das bekommen wir da hin. Das ist natürlich zum Ziel. Dass wir dann hier beim Kuchen. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Zucker. Alles andere haben wir. Oder werden wir haben. Ich werde jetzt da. Gleich mit euch die Milch abliefern. Und dann starten wir da den Prozess. Und eines ist wichtig im Hinterkopf zu haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Dass es so ist. Wir haben hier bei den Fabriken. Ich habe es schon mal gezeigt. Mal schauen ob ich die gleich finde. Hier. Es gibt auch die Molkerei. Wo man zusätzlich noch Zucker anliefern kann. Und da kann man eben auch noch Schokolade draus machen. Die kostet 70.000. Und die hätte ich jetzt hier platzieren müssen. Aber ansonsten hat die eigentlich die genau gleichen Einstellungen. Wie diese Fabrik. Das ist ein bisschen blöd. Denn ich wollte jetzt nicht eine hinstellen. Aber ich habe da schon eine. Also ich brauche ja nur eine. Wir werden schauen. Vielleicht kaufen wir die dann wirklich mal. Um Schokolade herzustellen. Aber ansonsten sind wir da erstmal. Soweit abgedeckt. So. Dann lasst uns hier den Tracker nehmen. Mal einsteigen. Fahren wir schnell zum Händler. Holen da den Milchtank. Füllen den beim Hof auf. Hier habe ich übrigens die Sämaschine gleich mal am JTB gestartet. Weil. Ja. Der ist ja neu. Der muss ja auch mal was machen. Sonst steht er ja nur rum. Und erstaunlicherweise ist hier das Feld ja recht gut besät. Sehe ich gerade. Hat ja keine Lücke. Nur in der Ecke. Sehr interessant. Scheint also gut zum funktionieren der Helfer auf der Map. Und sonst wird dann halt mit den Bäumen nachgeholfen. Eine Kettensäge wäre vielleicht die nächste Investition dann. Ne aber. Mal schauen. Das Holzhändling wurde ja nicht so stark verbessert. Deshalb. Weiß ich nicht ob ich mich daran wagen würde. Gut. Dann hängen wir den mal an hier. Der hat ja fast jetzt halt nur 8000 Liter. Also in Anführungszeichen. Das ist ja doch eine stattliche Menge. Und man muss ja auch erst mal so viel produzieren. Also das was wir jetzt da sehen haben. Die jetzt in 2 Jahren produzieren. Oder ne. In 8 Monaten so gesehen. Sie sind ja jetzt 20 alt. Und bei 12 hat es begonnen Milch zu geben. Also in 8 Monaten. Und es werden ja jetzt auch noch mehr. Die Reproduktion ist ja unterwegs. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor da. Gleich mehr Tiere zu kaufen. Das müsste schon passen so. Gut. Kommen wir da noch irgendwie rein. Also das wären wahrscheinlich die ersten Bäume. Die weg müssen hier. Dass wir da ne gute Einfahrt kreieren können. So. Dann kann ich hier auffüllen. Sehr schön. Ah das sieht cool aus so. Sieht gar nicht braun aus im Licht eigentlich. Ist eher schwarz. Aber gefällt mir so. Okay. Und dann geht es jetzt da zur Käserei heißt hier. Das ist ein bisschen. Klar. Das macht Sinn. Ich gehe mal davon aus. Das ist so. Weil. So fies mir ist. Auf der dritten Map. Der DLC Map vom letzten Landwirtschaftssimulator. Das ist die Alpen Map. Wie hieß die schon wieder? Ich habe sie nie wirklich gross gespielt. Aber ich habe sie damals auch gekauft. Das DLC. Da gibt es ja. Da ist mir. Wenn es mir recht ist. Da gibt es eine Käserei. Und da gibt es eine Schoko Verarbeitung. Also eine Chocolatier. Oder wie man es nennt. Und aus diesem Grund ist das wahrscheinlich getrennt. Weil es da so ist. Und hier hat es halt nicht gepasst. Und dann haben sie einfach eine Käserei hingebaut. Was schon ein bisschen schwach ist in der Richtung. Aber. Ja. Was willst du machen? Ist jetzt halt so. Ich weiß halt nicht wie es auf der US Map ist. Ob es da ähnlich ist. Aber würde in meinen Augen besser gehen. Sie hätten ja das auch einfach in ein Gebäude packen können. So. Jetzt liefern wir hier an. Ich würde sagen. Butter aktivieren sie jetzt sofort. Und Käse auch. Ich schaue mal wie viel das zieht. In der. In einem Tag. Und wenn ich dann sehe. Es zieht sehr viel. Dann werde ich den Käse deaktivieren. Denn den. Haben wir aktuell nur zum Verkauf. Und Butter würden wir mal ein bisschen ansparen. Gibt auch. Käse gibt doppelt so viel. Ja. Braucht ein bisschen. Mehr Milch. Aber nicht jetzt. Unbedingt viel. Also hier haben wir. Zwei Drittel. Zwei Drittel. Erhalten wir. Und hier haben wir. Ja. Es sind. Es sind natürlich deutlich mehr als zwei Drittel. Aber vom Preis her. Gut. Der kann natürlich immer nach oben und unten gehen. Nicht wirklich gerechtfertigt. Die Milch gibt ja hier schon 2.200. Butter. Ja. 3.000 macht Sinn. Und dann Käse 6.000. Irgendwo macht es schon Sinn. Auf jeden Fall. Produktion hier kann starten. Ich habe auch ein bisschen Wolle produziert. Die könnten wir mal noch verkaufen. Und jetzt kommt da ja natürlich auch wieder Mehl rein. Ich musste jetzt einmal Sorkum anbauen. Denn wir sind im Mai. Und da lässt sich leider nur noch Mais, Soja und Sorkum anbauen. So wie die hier natürlich. Und Mais haben wir, können wir aktuell noch nicht. Also werde ich einmal Soja, einmal Sorkum hier auf den neuen Feldern anbauen. Das soweit zum aktuellen Status meiner Welt hier. Ich fahre mal wieder zurück. Unterwegs. Boah. Wir haben ein bisschen investiert. Wir haben wieder nur noch 20.000 auf dem Konto. Können das natürlich auch noch überziehen. Ganz klar. Aber ich denke jetzt werde ich mal den Sommer wieder ernten, arbeiten. Soweit. Für mich. Und wir hören uns dann im Herbst wieder. Wenn ich am Ansehen bin. Weil dann bekommen wir bestimmt wieder ein paar Erträge rein. Und können dann mal wieder die nächsten Schritte anschauen. Des Weiteren. Ich habe jetzt wieder ein neues Let's Play gestartet. Factory Town. Wenn euch das Spiel noch was sagt. Startet aktuell wieder. Das sollte eigentlich täglich kommen. Und diese Folgen hier sollten alle paar Tage kommen. Sowie werden wir natürlich demnächst wieder mal einen Stream machen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Muss ich noch schauen ob es Ende dieser Woche ist. Oder eher nächste Woche. Werde ich dann aber noch bekannt geben. Also es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben davor. Und ich werde wahrscheinlich auch noch ein Jahr spielen davor. Aber ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe du bist auch da wieder dabei. Lass gerne ein Abo da wenn es dir gefallen hat. Gib dem Video ein Like. Schreib einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.